dass es das gibt. Okay. Gut. Haben wir das auch geklärt. Und Yosemite? Gut jetzt? Ja, besser. Also ich habe von Marco den Hinweis bekommen, vor zwei Wochen war das glaube ich auch schon. Er meinte so, mach doch mal Kontrast erhöhen an in den Betänungshilfen für Yosemite. Und ich hatte vorher schon mal Transparency reduziert, was bei mir nicht geholfen hat. Und Kontrast erhöhen klingt jetzt erstmal so, das macht überhaupt keinen Sinn. War das nicht sowieso bei dir an, weil du diese kaputten Ecken beim Volume-Betzel hattest? Nee, das ist, mach mal weniger Kontrast. Also Reduce Transparency. Das macht diese wunderschönen Ecken im Volume-Betzel. So. Increased Contrast macht auch die Transparency aus. Macht um ganz viele Elemente so Rahmen außenrum. Das heißt, das muss man natürlich auch wollen. Also so sieht halt alles ein bisschen überzeichnet aus. Lustigerweise ist, obwohl da jetzt auch die Transparency reduziert ist, lustig ist dann lustigerweise die Volume-Control-Bezel-Ecken nicht kaputt. Und bei Reduce Transparency schon. Ich habe aber seitdem keine Schneckentempo-Animationen mehr. Nie mehr. Also es ist seitdem nicht mehr umgefallen. Das ist, also ich habe immer ein schnelles Exposé. Ich habe keine Maus mehr, keinen Mausseiger mehr, der rumleckt ohne Ende. Und mir ist seitdem in drei Wochen, zwei Wochen, nur drei, insgesamt dreimal das Audio, der Audiograph umgefallen. Was bis früher so drei, viermal am Tag passiert ist. Und heute ist es das letzte Mal passiert, als ich dann so ein Screenshot-Tool aufgemacht habe und der dann halt schon so wahnsinnig viel Zeug über den Screen drüber malt. Da ist dann USB wieder hinten runtergefallen, also USB-Audio. Also das hat alles deutlich besser gemacht. Man hat einen Tag lang echt Augenkrebs, weil das im Vergleich halt gruseligst aussieht. Aber wenn man natürlich diesen Rechner benutzt, weil man, wenn man den Rechner natürlich nur benutzt, weil man gerne transparente Fensterchen anschaut, dann berate ich weiterhin dazu, das nicht anzumachen und sich halt mit zwei FPS transparente Fenster anzuschauen, das ist dann auch eine schöne Sache. Wer den Rechner aber benutzen möchte zum Arbeiten, dem empfehle ich dann tatsächlich diesen Increased Contrast oder Kontrast erhöhen vermutlich auf Deutsch in den Bedienungshilfen einzuschalten, in Systemsteuerung, Systemeinstellung, Entschuldigung, das hilft wahnsinnig viel und dann ist auch plötzlich, das ist auch kein so ein Schmerz mehr, wenn man mal irgendwie Final Cut will. Also ich habe tatsächlich zwei, drei, vier Stunden Final Cut am Stück benutzt, ohne dass mehr Audio umgefallen ist und das war vorher ja nicht drin. Ich finde ja, das sieht ganz geil aus. Ich habe gerade mal den Haken gesetzt. Also ich finde, also in den ersten, bei mir war es so in den ersten zehn Minuten, da habe ich gesagt, nee, das geht gar nicht und inzwischen, wenn ich es außen wieder einschalte, sage ich, ich hätte es jetzt lieber gerne so, weil diese, also zum Beispiel jedes Textfeld halt noch so eine Haarlinie außenrum hat und jeder Button nochmal so eine Linie außenrum hat, das ist irgendwie schon ganz geil. Irgendwie hat es was. Also es ist, es ist auf keinen Fall irgendwie Augenkrebs. Also, aber ich habe es nur gerade einmal gesetzt. Obwohl, auf welchen, also hast du den, Entschuldigung, ich habe jetzt vielleicht das Detail nicht gehört, Display Contrast, hast du dann auf Normalstehen oder hast du auch noch an dem Volume, also an dem Schieberegler was geändert? Ne, weil wenn du an dem Schieberegler für Display Contrast drehst, dann musst du einfach direkt erbrechen. Dafür ist es ja eine Bedienungshilfe wahrscheinlich. Ja, klar. Wenn dein Bedienungsproblem ist, dass du nicht schnell genug erbrechen kannst, ist der Regler ziemlich, ziemlich fantastisch. Also zieht ihr mal auf Maximum und dann am besten direkt die Cursor sei es noch auf volle Pulle. Was übrigens lustig ist, wir haben, ich habe so einen Kunden, der gesagt hat, irgendwie mein System zickt voll und das kann nicht wahr sein, das passt alles und da kann unser App-Straining nicht für, damit der, ach ja, ich habe übrigens meinen Cursor auf Maximalgröße und das musst du mal machen und dann mal irgendwie eine halbe Stunde deinen Rechner damit bedienen, dann wirst du total beschwert. Das ist so wie, als würde da so jemand rumlaufen und so einen ausgeschnittenen Papp-Cursor rumtragen. Super. Ich dachte, der geht noch größer. Gibt sicher irgendwas. Kann man irgendwie alt drücken, damit er so groß wird wie der Bildschirm? Hm. Das wäre sehr witzig. Ja, gut. Nee. Ich hatte so die der eine oder andere. Also jetzt das erste Mal seit Yosemite irgendwie vor zwei Wochen glaube ich mal so einen richtigen Hänger mit mit Colonel Panic und allem drum und dran. Aber das, ansonsten ist es schon stabil. Es ist halt so hier und da mal so ein visueller Blödsinn. Aber ja, also die, die, dieser V-Ram Garbage, der kommt nach wie vor noch ein bisschen. Der ist halt einfach nur dämlich und man sieht halt nicht, was in dem Fenster in Exposé jetzt eigentlich drin sein sollte, weil da halt irgendein Garbage drin klebt. Aber ich kann damit leben, weil ich normalerweise weiß, alles klar, das ist ein Finder-Fenster, da werden wohl Dateien drin angezeigt. Und dann klickst du halt auf den Finder und dann ist man noch wieder im Finder und alles ist gut. Das hat, dieser Garbage hat mich natürlich immer nur sehr, deswegen sehr geärgert, weil er halt im Zusammenspiel mit dem ganzen anderen Dreck kam, der den Rechner unbenutzbar gemacht hat. Und natürlich alle anderen, die anderen schlimmen Sachen sind jetzt deutlich besser, das heißt, man regt sich auch viel weniger über was auf, weil man halt plötzlich den Tag zum Arbeiten benutzt und nicht den Tag zum gegen Yosemite kämpfen und 300 Tag Neustarten benutzt. Wenn man, ach ja, noch ein Punkt, wenn man das einschaltet, ich hab's das erste Mal eingeschaltet und erst mal festgestellt, nee, das bringt überhaupt nichts. Dann hab ich's mal eingeschalten gelassen und musste kurz danach neu booten und seitdem war alles gut. also vielleicht, wenn man das einschaltet, ein Reboot machen. Ich hab schon Antworten von Leuten, von dem einen bekommen, der gesagt hat, nee, bei mir hat's nichts gebracht. Also hier, Mileage May Vary. Bei mir hat's was gebracht. Ich hab von anderen Leuten gehört, die es so was gebracht hat. Das ging wohl auch mal irgendwie durch Lifehacker, glaube ich, oder so, wo auch Leute gesagt haben, ja, das macht deutlich viel besser, also probiert's aus. Man hat nichts zu verlieren, außer die ersten 10 Minuten, die sind schmerzhaft. Ich hab einen neuen Lieblings-Bug im Quicktime-Player, Quicktime-X, wenn du da die Maus drüber schiebst, dann kommt dir dieses schwarze Dings mit Play-Pause-Button und sowas. Wenn du das in den Hintergrund schickst und es bleibt das Ding da, dieser Play-Pause-Button und dann schiebst du ein anderes Fenster drüber, dass der Schatten dieses Fensters dieses Bitzel berührt. Da fängt es an, wild zu flackern. Ist relativ lustig. Du hast eine lustige Definition von lustig. Ja.